So, dann sag ich nochmal wieder hallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Sensei. Ja, heute mal wieder ein kleines Commentary von mir hier auf Nuketown, gespielt von Kapo, einem Kuppel von mir. Ich werde ihn verlinken, schaut mal bei ihm vorbei, richtig geile Sachen macht er, hauptsächlich Trickshots, aber eigentlich ganz nice. Gut, um auf mein heutiges Thema zu sprechen zu kommen. Ich denke, die Sache mit Norwegen war schlimm, das stellt überhaupt nichts zur Frage. Aber das Thema Norwegen möchte ich jetzt nicht mehr ansprechen mit Themen, das hat Commander Grieger gut ausgelutscht. Aber ich möchte mal so den Vergleich ziehen zu MB2 und MB3, was bis jetzt gesagt wurde zur Gewalt. Weil es ist ja so, es wurde jetzt bekannt gegeben, dass MB3 bzw. im Verhältnis zu MB2 diese Gewalt nicht mehr so publiziert werden soll. Das heißt einfach, keine kontroversen Szenen mehr. Wir kennen alle aus MB2 die Flughafenszene, wo du Zivilisten abbattern kannst oder auch wählen kannst, ob du die spielst oder nicht. Und es war eigentlich halt, ja, doch sehr makabere Szene auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ja, wer damit nicht klarkommt, hat in solchen Spielen nichts verloren in meinen Augen. Wenn ich mir jetzt aber denke, dass die Leute wegen sowas die Spiele von der Gewalt her mindern, weil irgendwelche Schwachköpfe meinen, ja, ich bin jetzt cool und mache jetzt deswegen einen Amoklauf oder sonst was. Und die Statements, was dieser komische Norwegerabgabe hat von welcher, ja, das ist ja der voll realistische Shooter, ich habe gedacht, mir will ich ein Rechtsnauf vorlachen. Ich lege nicht unter. Aber was soll ich da machen? Ganz ehrlich, es wird immer Leute gegen, die, keine Ahnung, Amokläufe machen und die dadurch dann wenn der killer spiele gespielt haben und dann war gut so das erste gut sie haben killer gespiele gespielt so die müssen wir verbieten und sie essen brot verbieten wir das brot hallo was macht das für einen sinn klar diese kontroversen szenen sind einfach nicht förderlich für das spiel auch für das spiel image es ist einfach nicht gut weil viele skandal macht zwar werbung aber keine positive das heißt es mir die verkaufszahlen et cetera da verstehe ich dass mb3 oder sagen wir activision einfach daran guckt dass sie keine kontroversen szenen einbauen beziehungsweise die kontroversen szenen so schneiden weil keine ahnung hätte man hätte die flughafenszene schneiden können in jeglicher art man kann sie ja also zum beispiel in der deutschen version jetzt auch auswählen ob man sie überhaupt spielen möchte oder nicht was ich auch schon eine sehr gute idee fand weil es einfach man ist nicht verpflichtet an den scheiß zu spielen aber grundsätzlich jetzt zu sagen wir bringen es jetzt nicht mehr rein weil jetzt leute deswegen amokläufe machen ist in meinen augen schwachsinn weil dann darfst du keinen film mehr wo irgendwelche waffen dabei sind darfst du keinen actionfilm mehr gucken und nichts wenn die leute so labil psychisch labil sind dass sie nichts mehr wirklich auf die reihe kriegen ist es in meinen augen total banal und auch irreal sowas zu denken weil das versteht keiner das ist unsinnig ja das ist so dass das kleine thema was ich so hatte weil ich wollte einfach mal loswerden wie ich wie ich selber dazu steht zu diesen kontroversen szenen weil ich finde es dass man kann einfach nicht irgendwie das spiel einfach zusammenschneiden deswegen nur weil ein paar leute meinen ich werde jetzt amokläufe und mache scheiß das kann es nicht sein beim besten will nicht es muss nicht sein ich bin auch keiner der jetzt unbedingt alles ankert haben möchte weil spiel ist spiel und multiplayer ist eh geschnitten egal auf welcher version und deswegen mir ist es relativ egal ich muss nicht sehen wie irgendwelche beine fliegen aber ich wollte einfach so mein statement abgeben gerade auch zur hinsicht dass es keine kontroversen szenen geben wird das ist jetzt mehr oder weniger schon festgelegt das hatte wie heißt da der komische fußi robert bowling hat sich das schon geäußert dass er dieses gefühl hat dass schon wieder diskussionen aufkommen können und das will er nicht mehr gut sage ich dann lass die szenen weg punkt hat sich die sache erledigt und somit hat sich auch das thema jetzt für mich erledigt was ich noch sagen will morgen kommt annulation raus ich freue mich schon tierisch endlich wieder abwechslung in black ops weil ich werde ich mache es eigentlich immer genauso hier wie kapo ich spiele immer nur fast immer nur nuketown und die neuen maps und es ist langsam so ausgelutscht ich habe echt keine lust mehr kurz zum gameplay kapo spielt hier richtig 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 geil ich finde er kämpft nicht zu stark er holt sich am anfang gleich den chui in dem er eigentlich nur rascht war sehr schön gespielt und ja klar chui war dabei und halt das übliche er spielt was mich sehr wundert mit mit bodenluft geschützt was ich aber mal richtig geil finde als killstreak dass das immer spielt und hier ist das spiel auch schon vorbei besucht ihn mal auf seinem kanal das waren 26 zu 2 vielen dank fürs zuschauen schaut mal auf die channel von gts und hts da wird jetzt demnächst was von mir kommen danke fürs zuschauen abonniert mich kommentiert mich bis bald Das ist viel weniger gut das ist viel länger τη Tag anst k 2002 export